Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf D.O.W.G. Und zwar mit letztlich der Rapper Sayed wieder zurück, ja. Sayed plant ein Album für dieses Jahr. Und zwar gibt es dazu einen kleinen Trailer, Freunde. Wir ziehen uns den kurz rein, danach geht's gleich weiter, meine lieben Freunde. In ca. 2 Jahren kam mein letztes Album, zwischen vielen Höhen und Tiefen. Doch das alles sind keine Ausreden, ich bin euch was schuldig. Engelmitte AK2 kommt. Und zwar wird das neue Album Engelmitte AK2 heißen. Und zwar, so hieß auch sein erstes Album vor vielen, vielen Jahren auf dem alten Label, wo er früher gesigned war. Und zwar Alpha Music Empire bei Kollegah, meine lieben Freunde, ja. Natürlich lässt Sayed mit diesem Trailer natürlich keine Frage offen. Und zwar wissen jetzt die meisten, Sayed hat unterschrieben bei Universal. Man kann es erkennen, wenn man sich die Box anschaut. Da steht ganz oben in silberner Schrift, in goldenen Schriftzug, Universal drauf, Universal Music. Das bedeutet, Sayed ist, so wie all die anderen Rapper, auch bei Universal unter Vertrag. Beispielsweise ist der Rapper Capital Bra auch bei Universal. Und die Rapperin Shirin David beispielsweise auch. Lelano ist auch bei Universal. Also viele, viele weitere Rapper sind auch schon bei diesem Label. Das bedeutet, Sayed hat auf jeden Fall einen sehr guten Major an der Seite und auch einen sehr guten Vertrieb, würde ich mal so sagen. Das hört sich alles ziemlich vielversprechend an, aber er lässt natürlich viele, viele, viele Fragen offen. Wie sieht die Situation mit Kollegah aus? Gibt es da noch Beef? Gibt es da überhaupt Beef? Haben die sich gestritten? Was ist da los? Wenn man auf Instagram schaut, dann sieht man auf jeden Fall sehr viele Fragen. Man weiß nicht, was da so abging, meine lieben Freunde. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video, meine lieben Freunde. Also wer sich freut, dass Sayed wieder zurück ist, der kann natürlich jetzt ein Gefällt mir drücken und kann natürlich jetzt meinen Kanal abonnieren. Das wird mich natürlich sehr freuen. Ich gebe natürlich sehr viel Mühe in meinen Videos, meine lieben Freunde. Also gebt doch mal ein bisschen Liebe zurück, meine lieben Freunde. Ja, ich wünsche euch was. Peace and out. Peace and out.